willkommen zu meinem neuen video ich freue mich dass sie eingeschaltet haben was sorgt dafür dass wir klein bleiben was sorgt dafür dass wir uns nicht trauen ganz große dinge zu tun was sorgt dafür dass wir ja dass wir nicht die eine reise unternehmen die wir schon lange unternehmen wollten was sorgt dafür dass wir nicht dieses unternehmen gegründet haben was wir immer gründen wollten es sind nicht die anderen es ist nicht die außenwelt das einzige was uns klein hält das einzige was uns unten hält das sind wir selbst weil wir selbst es uns einreden weil wir uns einreden dass wir es uns nicht trauen dass wir es nicht können dass wir es nicht versuchen sollten dass es sowieso keinen sinn hat wir sind unsere allergrößten feinde wir sind unsere allergrößten neinsager wir stoppen uns am allermeisten wir sind kinder gottes wir haben flügel wir können fliegen wir können alles wir sind die höchsten geschöpfe hier auf dieser erde und trotzdem bleiben wir klein trotzdem kriechen wir am boden herum warum tun wir das und was können wir tun damit wir das nicht tun das was wir tun können ist tatsächlich wo wir hier in vielen vielen videos darüber reden an unser bewusstsein zu arbeiten wirklich genau hinzuschauen da sind wir wieder bei dem punkt die herausforderungen kommen nie von außen ja klar es kommen herausforderungen auf unserem weg aber es ist super wichtig sich zu fragen warum kommt diese herausforderung gerade jetzt warum ist dieser mensch gerade jetzt in meinem leben was will mir dieser mensch diese situation was will mir das zeigen was soll ich daraus lernen oft soll ich daraus wirklich lernen meine grenzen setzen auch nein sagen zu können auch sagen zu können stopp bis hierher und nicht weiter und nicht alles zu allem ja und abend zu sagen und oft ist es auch so dass eine situation kommt um mir zu zeigen du musst daran arbeiten es gibt etwas zu tun du musst du bist noch nicht da ja du kannst dich noch nicht ausruhen du hast noch einen weg zu gehen es gibt ganz interessante studien also vor allen dingen in den usa auch an universitäten gibt es auch psychologen die studien absolvieren zum beispiel mit 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 menschen die eine leistung erbringen müssen da haben sie zum beispiel eine studie durchgeführt wo eine gruppe junger menschen männer die mussten so sit ups machen also training und man hat ihnen gesagt ihr müsst 100 stück müsst ihr schaffen und so bei 70 80 wurden alle müde also immer mehr sind abgefallene also nur noch ein paar blieben übrig 70 80 war so der punkt wo von 100 wirklich fast alle abgehakt haben und dann hat man eine andere gruppe genommen gleiche studenten gleiche auch gleiche körperliche verfassung und denen hat man gesagt ihr müsst 200 sit ups machen und tatsächlich hat man da festgestellt dass auch bei zwei drittel ungefähr bei 160 170 dass da die meisten abgefallen sind 170 kurz vorm ziel haben die meisten aufgegeben und haben gesagt sie können nicht mehr sie sind müde das witzige war das war die doppelte menge ja 100 und 200 und trotzdem haben nach zwei drittel nach zwei drittel der aufgabe die meisten aufgegeben das heißt also es geht nicht darum wie müde wir sind es geht tatsächlich nur darum was unser kopf mit macht und was unsere kopf und sagt unser bewusstsein und sagt und was nicht ist übrigens auch bei einem marathon oder auch bei spitzensportler ja warum gibt es nur so wenige spitzensportler es gibt nur so wenige spitzensportler weil nur so wenige menschen tatsächlich in dieses also das können wir auch nennen fleiß oder den mut oder den ehrgeiz oder die ausdauer haben tatsächlich auf dieses niveau hinzukommen wo sie nicht aufgeben wo sie auch wenn sie schon sieht man oft auch übrigens bei tennis oder bei anderen spielen es ist praktisch aussichtslos es ist schon verloren der zuschauer glaubt jemand hat schon gewonnen und dann kommt der gegner aus der ecke und gibt nochmal alles was er geben kann und dreht das ganze spiel um das spiel was schon verloren war dreht sich vollkommen um und dann gewinnt er übrigens einer der da richtig groß drin war und auch noch groß drin ist denke ich und ich bewundere ihn sehr habe ich auch öfter schon darüber erzählt es ist natürlich ein toller mensch weil er auch ganz viel erlebt hat ist boris becker ja boris becker ist ich denke das kann für ganz viele menschen ein ganz großes vorbild sein nicht nur wegen seiner tennis spielerischen leistung seiner sportlichen leistung sondern auch wegen seiner leistung im leben er hat sehr viel erlebt er hat alles gemacht er hat ganz ganz viele herausforderungen gehabt aber das wichtigste was ist das wichtigste er hat niemals aufgegeben hat niemals aufgegeben und immer wieder ist der hochgeklettert und ist wieder da und ist vielleicht sogar heute mehr da als jemals zuvor weil es ist jemand mit ganz viel lebenserfahrung ich kenne ihn nicht persönlich absolut nicht ich kenne ihn nur aus den geschichten was passiert ist es gibt noch so ein paar sportler aber ich denke er ist einer wirklich der menschen auch der prominenten menschen wo man sehen kann dass wenn schlimmes passiert wenn heftige dinge im leben passiert dass man das ganze auch wirklich umdrehen kann und für sich selbst nutzen und stärker aus der situation heraus kommen das was er im tennis spiel gezeigt hat nämlich eine ganz schlimme schwierige aussichtslose situation umzudrehen und stärker heraus vorzukommen das hat er auch im leben umgesetzt und es gibt viele menschen die das im leben umsetzen jetzt auch umsetzen können es geht immer nur um unser bewusstsein welche stärke habe ich aus welchem bewusstsein heraus entwickle ich jetzt die nächsten schritte ja und wie gesagt in diesem experiment gab es witzigerweise zwei drittel des nach zwei drittel des experiments nach zwei drittel von den sit ups ob es 100 waren oder 200 und vielleicht ist es bei 300 ja genauso hat die meiste hat die masse der menschen aufgegeben und hat gesagt es ist zu viel ich kann nicht mehr kurz vorm ziel die letzten meter sind immer die schwierigsten und wir da noch mal gesagt zu der situation in der wir gerade sind wir sind gerade bei im 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 bereich der letzten meter was das die situation hier auf dieser erde anbetrifft wir bewegen uns gerade rein in eine neue dimension wir haben eine ganz neue energie hier auf dieser erde energie das energie level steigt gerade ganz ungemein deswegen haben wir natürlich auch sehr sehr viele herausforderungen auch sehr sehr viele auseinandersetzungen gehört immer mit dabei wenn ich hohe energie habe dann habe ich auch immer sehr sehr hohe herausforderungen das ist alles teil des spiels und einige werden sagen das ist total ungerecht und das darf nicht sein und wir müssen uns gegeneinander stellen ja falsch wir müssen zusammenhalten wir müssen miteinander eine lösung finden wir müssen aus dem frieden heraus aus der liebe heraus aus der gemeinsamkeit heraus eine lösung finden denn da wo wir letztendlich hingehen ja wo wir herkommen die quelle wo wir auch wieder hingehen da gibt es kein du und ich gegeneinander da gibt es nur ein gemeinsam ein miteinander da gibt es nur liebe da gibt es nur positivität da müssen wir hinkommen da kommen wir auch letztendlich hin absolut manchmal mit schmerzen mit aus schwieriger aus einer schwierigen grundlage heraus aus einer schwierigen basis heraus aber hoffentlich auch für viele von uns aus einer sehr sehr positiven grundlage heraus wir sind jetzt hier auf dieser erde wir sind die glücklichen wir sind die ausgewählten wir sind diejenigen die dabei sein dürfen und viele wollen dabei sein deswegen kommen ja gerade auch noch mal so viele seelen auf diese erde deswegen ist es ja auch so voll deswegen werden wir ja auch immer mehr weil ganz viele wollen noch mal gerade jetzt zum schluss hierher um noch ihre korrektur ihre letzte korrektur die noch möglich ist um die noch zu erleben wir sind jetzt in dieser phase und wir sehen es weltweit wir sehen es überall es gibt ganz viele dinge die keinen sinn mehr machen wo wir ja schon oft darüber geredet haben und ganz viele auseinandersetzungen und auch ganz vieles was uns erzählt wird und wir haben gerade auch und das ist politik ist immer ein spiel der negativen seite es ist immer ein spiel von satan es ist immer ein spiel von satan politik politik kann nie eine lösung sein politik ist immer ein teil dieser ja dieser kleinen illusion hier auf dieser erde die uns versucht weiß zu machen dass wir mit hilfe von politik lösungen bekommen werden und die werden wir natürlich nicht bekommen und gerade auch da sehen wir dass da masken fallen dass da gardinen dass da vorhänge fallen dass da dinge ans licht kommen von denen wir uns nicht hätten vorstellen können dass sie ans licht kommen weil das alles mit dazu gehört zu dem wo wir gerade sind also bleibt in eurem hohen bewusstsein gebt niemals auf und bleibt in der liebe aus der positivität heraus gibt niemals auf und nutzt die situation dreht alles um zu eurem vorteil damit ihr stärker aus der situation heraus kommt danke dass ihr bis zum schluss zugehört habt ich wünsche euch einen traumhaft schönen tag